Ja, liebe Frühjoutube-Freunde, einen recht schönen guten Morgen. Bauerhause, Bauerhause auf dem Feld, halb sieben. Ich streue da noch den Rest. Brandkalk, ein schöner Morgen, wieder mit Frost. Vielleicht sieht man es hier, die Rapspflanzen, mit starken Frosten. Der Streuer führt den Strassentransport in Längsrichtung. Und jetzt muss ich den da drehen. Ziemlich kraftaufwendig. Fert gedreht. Und montiert. Schöne. 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 Schöne.